Ciao meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Die letzten paar Wochen waren richtig fett, CS2 kam herum, wir haben ganz viele neue Zuschauer ranbekommen und ich habe auch gesehen, einige von euch sind schon rüber auf Twitch gegangen und haben eben dort schon mal reingefollowed. Heute geht es auch wieder los um 18 Uhr und ich wollte euch sagen, dass wir jetzt diese und kommende Woche ein Glove Giveaway am Start haben, bei dem ihr gerne mitmachen könnt. Gerade für neue Spieler bestimmt keine schlechte Idee, um mal zu starten mit dem ganzen Skin Game, wobei ich auch generell jetzt niemandem dazu raten möchte, sich großartig Skins zu kaufen. Kommt einfach rum und gewinnt die bei mir. Wir machen in jedem Stream Giveaways und haben immer wieder größere Giveaways wie halt Handschuhe, Knives und so weiter und so fort. Diese Streams gibt es dreimal die Woche fest, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Bei der ganzen Geschichte macht man wie folgt mit, man kommt einfach in die Streams, sammelt die Bubble Dollar durchs Zuschauen, also komplett kostenlos, ich habe sie hier in echt rumliegen, ihr sammelt die digital. Je länger man da ist, je öfter man da ist, desto mehr Bubble Dollar hat man und damit kann man dann in die Giveaways rein. Also in diese größeren wie Gloves, Knives und so weiter, aber auch in die kleineren, die in jedem von den drei genannten Streams eben immer sind. Ich kann euch da ein kurzes Beispiel geben. Ich habe jetzt gerade vorhin wieder ein bisschen eingesnackt bei meinem Partner Skin Baron. Da kommen oft Skins her für die Giveaways, aber auch von euch, also von meinen Zuschauern bekomme ich sehr, sehr oft Skins zum Verschenken. Zum Beispiel haben wir jetzt dann für diese Woche, glaube ich, schon dieses Dead Track AK-47 Kartell mit vier komplett abgekratzten oder fast abgekratzten Stickern. Was habe ich dann noch? Hier ist eine Styx, die noch rumfliegt. Die wurde sich speziell gewünscht, also man kann sich gerne auch Skins wünschen, die in die Giveaways kommen, sofern sie jetzt nicht ultimativ teuer sind. Ja, und was noch so rumkommt, hier die Waste and Rebel und ganz viele andere Sachen, die liegen noch auf dem Baron, die kommen erst in ein paar Tagen. Was war da mit dabei? Lass mich kurz überlegen. Ich gucke einfach nach. So, Dille. Und zwar haben wir noch eine AWP Black Nile, die wurde sich auch speziell gewünscht. Eine 5-7 Case Hardened, eine StatTrak P2000 Handcan, eine Desert Eagle Light Rail, AUG Chameleon, M4-A4 Coalition, Farmers Commemoration und eine StatTrak Mac-10 Neon Rider. Das sind so die nächsten paar Giveaways, die rausgehen, wobei wir die Giveaways immer aufteilen in 4 Sachen. Also man kann in jedem Stream von diesen 3 genannten Streams 4 Dinge gewinnen. 2 Skins, 1 Sticker oder 1 Graffiti. Also das heißt, wenn der 1. gewonnen hat und sich was aussucht, ziehen wir einen 2. Gewinner, der kann sich dann so droßpreismäßig was aussuchen, dann ziehen wir den 3. und dann den 4. Also es gibt auch in jedem Stream halt 3, 4 Gewinner. Ja, und jetzt hauen wir, wie gesagt, gerade die Driver Gloves raus. Das Giveaway geht ein bisschen länger, damit ihr genug Zeit habt, um die Bubble Dollar zu sammeln. Natürlich kann man den in den Streams auch sehr gerne mitspielen. Wir spielen natürlich ganz viel CS2, aber haben vergangene Woche zum Beispiel auch Ready or Not gespielt. Spielen jeden Dienstag nach CS TTT, also Troubled in Terrorist Town über Garry's Mod. Ja, und haben eigentlich immer wieder irgendwelche Spiele am Laufen. Mad Evil Dynasty habe ich vor kurzem gespielt. Das ist ein Singleplayer-Spiel, aber sonst, ich sag mal, 95% der Games, die in den Streams kommen, sind Viewer Games. Also sind Spiele, bei denen ihr mitspielen könnt. Darwin Project haben wir uns vor nicht allzu langer Zeit mal angeschaut. Ja, und ganz viele andere Spiele eben über die Jahre natürlich schon ganz viel gemacht wie Minecraft, auch einen eigenen Server gehabt und, und, und. Also kommt gerne ran, macht bei den Giveaways mit und vielleicht gefällt es euch ja auch so sehr, dass ihr möglicherweise auch über die Giveaways hinaus dort bleibt. Also bei uns im Stream, wobei wir sowieso ja ständig halt welche haben zu jedem Stream. So als kleines Zuckerle für euch. Manch einer empfindet dann vielleicht die Streams als so unterhaltend, dass er dann eben auch einfach am Ball bleibt oder sie. Und wir dann so gemeinsam spielen und rumdödeln und so weiter und so fort. Wir sind eine gemütliche Community, zocken, wie gesagt, eigentlich immer zusammen. Die CS-Games sind direkt unterteilt in High-, Mid- und Low-Games, also High-Rank-, Mid-Rank- und Low-Rank. Da sind wir aktuell noch bei den CS-Go-Rängen am Gucken, weil die halt noch so frisch sind. Hier haben mittlerweile vielleicht einige schon ihren Rank gesnackt, ich noch nicht. Ach, da, guck mal, wir haben ja, okay, es sind doch schon ein paar dabei, die ihren Rang haben. Aber es fehlen noch viele. Da unterteilen wir eben auch, dass wir für die einzelnen Spieler die passenden Spiele haben. Ja, ich brauche noch vier Wins und dann habe ich meinen Rank auch endlich wieder. In der Beta war ich auf 8.5 eingerankt, 8.500 und habe am Ende bei 10.000 glatt aufgehört, wobei ich fast zwischendurch auf 11.000 war, aber das habe ich leider verkackt oder haben wir leider verkackt. Mein Rank erspiele ich komplett mit euch und ich bleibe auch immer eben, ich bin immer mit euch am Daddeln. Privat, Solo spiele ich gar nicht mehr. Nur noch mit euch in den Streams oder für Aufnahmen und ja, ist halt so ein Community-Rank, sage ich mal. Die YouTube-Giveaways laufen separat, die habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen. In manchen Videos sage ich, hey, es gibt was und man nimmt wie folgt teil. Da muss man halt irgendwie nur einen Kommentar schreiben mit Content X, also mit Inhalt XY, wie auch immer. Und ein paar Videos später wird dann der Gewinner einfach offiziell eben herausgefunden über einen Comment-Picker und ausgerufen, hey yo, hol deinen Skin ab, so in die Richtung. Die Twitch-Giveaways sind separat. Ich mache nur hier auf YouTube manchmal Werbung dafür, weil es dann doch wiederum einige gibt, die einfach nicht Bescheid wissen über die Streams. Die gucken ab und an in die Videos rein, aber wissen von den Streams nichts oder wissen von den Zeiten nichts, kommen dann immer zu spät oder halt an den falschen Tagen rum. Also ja, rankommen meine Damen und Herren, Driver Gloves Convoy. Okay, let's go. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam mein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dicken fettner Mutter auf die Instagram-Messe. What?